Uli, wie viel Uhr haben wir? 4 Minuten! 7.30 Uhr Das ist unchristlich! Das ist richtig, aber wir müssen gleich los! Was machen wir dann? Boot fahren! Uuuuh! Uuuuh! Wie heißt die Nachspeise? Nach deiner Speise? Oder gibt's dafür keine Ahnung? 12 Uhr Mitternachtssnack Max? Ja! Wildwasserrafting! Hallo! Das war's! Lust auf das kühle Nass? Ja! Hast du Bock? Ja! Hey Olaf! Hast Bock? Ja! Da kommt unser Taxi! Ah, wir müssen uns Rettungskasse beten! Geht Gas! Wir rammen die! Ja! Halt euch jetzt alle strafzettig! Was kannst du glauben? Geh mal weg jetzt hier! Verbrich mein Schatz! Ah! Oh Gott! Ah! Ah! Angriff! Ah! 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 Hallo Baum! Warum? Du hast den Paddel? Ah! 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 Juhu! Bitte mal Gas! Uli, ihr habt ungefähr 7 Kubik Wasser bei euch im Boot! Ich liebe nasse Flüße! Oh, guck mal, hier gibt es noch Nudeln und Salat und Sauce! Oh! Sauce! Ah! Ah! Alina, wir machen jetzt den Backofen an und dann heizen wir ein bisschen. Ich hab Uli's Brille an. Jetzt wandern, bei dem bitte! Antoni, wie war denn heute die Planscherei? Gut. Ich hab von Philipp das Boot gekentert. Uli, wie fandst du die Planscherei? Ich fand's auch geil. Da rennt ja die Sammonelle in die Pfanne verrät. So, was ist denn das hier? Und wir warten bis es überläuft oder was? Das ist schlecht. Ich tanze die Piraterei. Viel zu gesittet. Hey! Was kaufen wir heute? Louis Beton! Uli, was hast du denn da gezaubert? Was, ähm, nicht ganz im Auge des Betrachters? Äh, das ist, äh... Wie weiß mit Rot! Wie weiß mit Rot! Ich hab der Fuß, gell? Uli, was hast du dazu? Konntest mit Rot nennen so. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das so funktioniert. Wir kaufen alles, nehmen das mit und probieren das raus. Jetzt schneid doch noch mal was. Wenn ich wüsste, dass das keine Doppeln sind, sondern Gäse... Was ergibt das? Ein paar Ohrentopf. Boah, ich fühl sie macht den Deckel auf. Kapuff! Ich wollte gerade Zimmer aufräumen, also! Junge, ich wollte ja gerade aufhören und staubsaugen. Du willst staubsaugen? Ja, ich kann das, Junge. Junge! Deine Meinung zur aktuellen Flüchtlingspolitik? Uli! Gib mir das Kaninchen. Wir haben ja kein Kaninchen dabei. Kika, Kikaninchen. Hier sind Dörfel. Was geht? Oh, ich bin gerade ein bisschen perplex. Wie ein Taubsturm. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Bist du sicher, dass das heute die Honigmelone ist? Oh Gott! Ei! Ei! Oh nein! Hast du es gekocht, Brasil? Und wo kippst du's hin? Wo kipp ich's hin? Der Name! Wir müssen mal den Klo-Dienst dokumentieren heute. Oha! Geh da weg, damit du nur schwuppst. Weil gerade die Jungs, wenn die sitzen, die haben ihren Schnädel da. Und waren hier immer alles voll Urin. Guck dir den Frambus an! Oh yeah! Machst du das? Hast du den Semmel da reingearbeitet? Nee! Ey, wenn die immer so lange schwitzen und das ganze Essen müssen wir mal raus. Boah! Boah! Hast du die Wand gecheckt? Alter, haben hier viele Viecher hier. Ich glaub, wir hängen mehr Proteine an die Wand, wie wir den ganzen Kühlschrank haben. Muss ich mal eine Story erzählen. Ich würde euch das immer Lockabend aufmachen. Lockabend in DGH. Mal irgendwann auf einer Toilette eines Geschlechts, ich will das jetzt ja näher ausführen. Mal auf dieser Höhe braune Spritze. Aber es waren dann auch unten Spritzer. Wir konnten es dann irgendwann rekonstruieren. Bei den ersten waren es so auf dem Klo. Die zweiten waren das irgendwie schon so. Die dritten waren das so. Die vierten standen auf dem Klo-Kasten. Daher kamen die Spritzer. Es gibt noch nichts, was ich nicht erlebt habe. Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020